Willkommen zurück hier an Bord und dann müssen wir mal zu unserem King, da ist er. Oh, mit dem haben wir auch noch nicht geflirtet, fällt mir ein. Und das funktioniert ebenfalls. Ja, es ist... Sorry, es ist ein bisschen angreifend. Es ist okay. Sag, was war in deinem Gehirn. Ich weiß nicht, ob ich kann. Du wirst nie wissen, ob du etwas haben kannst, wenn du es gefragt hast. Ich will nicht... Oh mein Gott! Dinge werden nicht ändern. Wir sind professionell. Du wirst mich anders sehen, Aimee. Just shut up und sag es. Kannst du... ...eine Copy of your book signing? Sure. Sorry, ich habe nicht Zeit für das gerade. Ich arbeite an einem epischen Sci-Fi-Follow-up, um RegiSci. Ich bin in der Forschungsphase, aber der verdammte Zen hat das Internet. Ich brauche, dass du etwas Legwerk für mich machst. Legwerk, oder? Okay. Okay. Das ist großartig, Player. Was ich jetzt brauche, ist, um das zweite Eil. Ja, das waren wieder diese Nebenmissionen. Potenzial-Readerinnen totalen über zehn Personen, oder? Wenn das authentisch sein wird, muss ich sicher sein, dass ich jeden live Detail richtig bekomme. Großes Schluss, oder? Lass uns das machen. Das wird episch sein, Spieler. Danke für deine Hilfe. Ich werde sicher, dass ich dich in den besonderen Danken. G-Ben, danke. Nur Angela kann mich jetzt sehen. Meine Freundin würde nie glauben, was das ist. Okay, das hätten wir geschafft. Und... Ja, dann haben wir nun wieder eine normale Aufgabe. Rette Johnny Gett. Tatsache. Mein Freund lebt tatsächlich noch. Cool. Oh Gott, was man da noch alles ausprobieren kann mit den Fähigkeiten. Das ganze Zeug benutze ich irgendwie ja gar nicht. Kampf. Und endlich nur eine 2.1. Und... Auch die Munition noch ein bisschen... Ja, ich warte... Das können wir vielleicht auch noch. Haben wir noch genug? 42.000 tatsächlich. Ja. Unbegrenzte Schrotflinde. Fehlt nur noch Spezial-Ammo. Die Singularitätskanone habe ich auch noch nicht. Aber ich schaue mich mal noch mal kurz ins... ...Spiel rein. Weil anscheinend gibt es ja ein neues Ziel. Ah, es fehlt mir nämlich. Ah, es fehlt mir auf der Karte nicht angezeigt. Dann gehen wir einfach mal in die Mitte. Was für ein Ziel gibt es? Guck mal die Karte her. Ah, tatsächlich da unten. Na, das müssen wir uns direkt mal schnappen. Schließlich soll das alles hier uns gehören. Ja, wieder ein Kill-Auftrag. Top. Töte Maio. Damit er die Zanes begleitet. Okay. Machen wir doch mal Flux. Und dann geht es daran seinen besten Freund zu retten. Der seltsamerweise immer noch lebt. Nehmen wir mal einen Blitz. BAM BADAM 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 BADAM. Also irgendwie ist das schon asozialst geil. Wow. Aber wir glauben... ...brauchen wir die Waffe. So. Und... ...gleich diese Munition. Und die Waffe ist mir wieder abhanden gekommen. So, das macht mir jetzt Sinn. Und wir haben doch hier unseren Hack. Gegen so viele. Können wir grad mal ausprobieren. Telefon. Bekanntheits-Hack. Tatsache, geil. Das ist echt praktisch. Okay. Damit sollten wir jetzt aber wieder alles. Und wir gehen den Tag danach. Kissy. Hast du dich gefunden, Johnny? Es ist nicht einfach. Er ist aus der Grieche. Es ist wunderschön. Ich glaube, er ist unter extra Sicherheit oder so. Du kannst es trotzdem kratzen, oder? Natürlich kann ich es. Geh zurück zum Schiff. Okay. Auf tun, Freund. Und da hinten. Okay. Und da hinten. Ja. 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 Ich habe ihn einmal gebeten, als ich dachte, Philippe Larrer hätte ihn ausgenommen können. Jetzt, dass ich weiß, dass er alive ist, habe ich durch die Hölle, um ihn zurückzubringen. Aisha! Nach dir! Conor! Hilfe! Oh, ha, 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 ha! Ow! Conor! Hilfe! Willst du sie? Komm her! Stage 1. Krieg! Where the fuck am I? Warren Williams, Cook, Aisha! Wir müssen ihn zurückkommen und ihn zurückkommen. Slank-Pan, bitte in die Coms! Sofort! Bam! Sieht schon echt geil aus! Das sieht sowas von derbe geil aus! Das sieht sowas von derbe geil aus! So richtig, äh... Warte, welches Spiel hatte ich damals, was so ähnlich war? Das Power Ranger, genau! Für die Nintendo! Hell yeah! Ich kann es wirklich glauben! Du... Komm schon! Vibe-Ping-HQ! Ist das hier? Hey! Ein richtig schönes Beat'em up. Oh, Baseballschläger geschnappt. Und mit der Gitarrenbox draufhauen. Hab schon mal erwähnt, dass ich damals im Powerpoint nicht besonders weit gekommen bin. War nicht so meins damals. BAM! Maletit! Das werden zu viele! Wo denkst du, dass du gehst? Wo ist Warren Williams? Ich bin hier für Aisha! Geh die Falk aus meinem Weg! Ich glaube nicht so. FAM! Richtig mieser Kombi, der da drauf hat. Ist das geil! Oh Gott, die Stages hatten das. Stage 2. Krieg! Wir sind in Kingdom-Con-Rekord. Warren Williams ist direkt vor. Sie ist weg, Mann. Lass uns hier raus. Schau dich. Ich weiß, sie ist hier drin. Wir müssen nur zum Hauptoffizieren kommen. Komm schon! Oh Mann, was ein Spiel. Verdammte Axt! Ich verliere gleich einen Lebenspunkt oder sowas. Als es das überhaupt gibt. Was ist das so ein kranker Mist? 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 BAM! Shit! Feuer reingekracht! Fuck! Über die systemischen Fahrstühle. Ich wundere mich jetzt wirklich, wie lange das geht. Ja, das sieht mir schon ein bisschen was Heftigerem aus. Aber dass der ausgerechnet in sowas drin ist. Wahnsinn. Und weiter geht's nach oben. Das stage ist noch nicht komplett. Warren Williams, Vice Kings. Du wirst mich bezahlen, um meine Frau zu holen. Du glaubst wirklich, dass du mich aufhörst? Du glaubst, dass du mich aufhörst? Halleluja! Warren Williams, lass mich weg. Du wirst sie nie wieder. Ich bin tot. Oh shit. Scheiße! Ich bin tot. Und wieder da. Ich bin tot. Ich bin tot. Wir müssen zu ihr Haus. Hotstuff. Stai. Stoops. 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 Wir haben keine Ahnung für dich. Du wirst mich wirklich aufhörst. Jetzt komm mal. Wir haben nicht viel Zeit. Was ein Scheiß. Aber ich verstehe worum es geht. Hier ist so ein traumatisches Erlebnis von ihm. Aber ich muss sagen, wir machen hier einen Cut und sehen uns zur nächsten Partie wieder.